Musik Hm, was wähl ich denn da eigentlich? Um das zu verstehen, musst du nur ein paar Ordnungen lesen. Schau mal hier, ich hab dir auch schon alles Wichtige markiert. Ich hab Besseres zu tun. Okay, okay, stopp. Ich kann dir das Ganze auch in 5 Minuten erklären. Komm mal her. Ja, okay. In den Kollegialorganen werden alle möglichen Fragen in Sachen Forschung und Lehre besprochen, insbesondere Angelegenheiten finanzieller und personeller Natur. Im Fakultätsrat die Angelegenheiten, die nur die einzelnen Fakultäten betreffen und im Senat die, die für die ganze Uni von Bedeutung sind. Vieles muss allerdings auch durch mehrere Organe, zum Beispiel Vorschläge für neue Professorinnen und Professoren. In den Kollegialorganen wählt jede Statusgruppe jeweils ihre Vertreter. Statusgruppen sind die Hochschullehrenden mit je sieben Sitzen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiter in Technik und Verwaltung und die Studierenden mit jeweils zwei Sitzen. Damit haben die Hochschullehrenden allein also eine Stimme mehr als alle anderen Gruppen zusammen. Und diese beiden im Senat vertreten also uns 30.000 Studierende gegenüber den Professoren? Aber wie kommen die beiden an den Posten? Die wählst du persönlich bei den Hochschulwahlen vom 17. bis zum 19. Januar. Dort stehen dann für den Senat dieses Jahr vier Listen zur Wahl. Die rot-grüne Liste, die ADF, der RCDS und der Nerd Campus mit insgesamt 573 Studis, die sich in diesem Jahr zur Wahl stellen. Bei einem dieser Kandidaten machst du dann dein Kreuz. Das Kreuz wird zunächst für die Liste gezählt und je nach Stimmenanzahl der Liste werden dann die Sitze verteilt. Innerhalb der Liste bekommen dann die Kandidaten mit den meisten Stimmen den Sitz. Das heißt, wenn ein Freund dich bittet, für ihn abzustimmen, wenn er auf einer Liste mit weit über 100 Kandidaten steht, wird ihm persönlich das wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. Außer er ist einer der Spitzenkandidaten, die in der Regel die Sitze kriegen. Entweder weil sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung sehr bekannt sind oder einfach auf Platz 1 ihrer Liste stehen. Bei den Fakultätsräten läuft es genauso, nur mit weniger Kandidaten und anderen Listen. Aber machen wir weiter mit den studentischen Organen. Das sind das Studierendenparlament und auf Fakultätsebene jeweils das Fachschaftsparlament, die zwei Hauptaufgaben haben. Erstens wählen sie die studentische Vertretung, man könnte Regierung sagen, und kontrollieren diese. Diese studentische Vertretung ist auf Uniebene der Asta und auf Fakultätsebene der Fachschaftsrat. Sie vertreten die Studierendenschaft gegenüber anderen Statusgruppen, anderen Fachschaften, anderen Unis, führen Veranstaltungen durch und versuchen sich ganz allgemein darum zu kümmern, dass das Leben für dich an der Uni angenehmer wird. Die zweite Hauptaufgabe ist es, den Haushalt zu beschließen, also wofür, wie viel Geld ausgegeben wird. Das Geld kommt übrigens unter anderem von dir. Von dem ganzen Geld, das du jedes Semester an die Uni überweist, geht ein großer Anteil, im Sommersemester 2017 etwa 170 Euro, ins Vermögen der Studierendenschaft. Davon wiederum sind 9 Euro der sogenannte Studierendenschaftsbeitrag. Das heißt, davon wird die Arbeit des Asta, der Fachschaftsräte und so weiter finanziert. Der größte Anteil geht in die drei Semestertickets, mit denen du kostenlos Bahn und Bus fahren kannst und starke Vergünstigungen in vielen Göttinger Kultureinrichtungen bekommst. Diese Tickets werden jedes Jahr vom Asta mit den entsprechenden Eisenbahn- und Busunternehmen beziehungsweise Kultureinrichtungen ausgehandelt. Ob du diesen hohen Betrag im nächsten Semester wiederzahlen musst, hast du bei den Wahlen übrigens auch selbst in der Hand. Zusätzlich zu den Stimmzetteln für die eben genannten Gremien bekommst du nämlich auch noch Urwahlzettel, auf denen du über die einzelnen Semestertickets abstimmen kannst. Und wie groß sind diese Parlamente und wen soll ich da wählen? Das Stupa wird in diesem Jahr 63 Sitze haben. Es stehen 10 Gruppen mit insgesamt 700 Kandidaten zur Wahl. Die Größe deines FSP hängt von der Größe deiner Fakultät ab und kann von 7 bis zu 21 Sitzen variieren. Ach ja, wenn du einer Fachgruppe angehörst, kannst du manchmal auch noch deinen Fachgruppensprecher wählen, zumindest wenn sich mehr als ein Kandidat aufgestellt hat. Das ist der Fall, wenn du angewandte Informatik, Humanmedizin, Politikwissenschaften, Ur- und Frühgeschichte oder Volkswirtschaftslehre studierst. Wenn du ausländischer Student bist, darfst du auch noch das Ausländische Studierendenparlament wählen, das wiederum den Ausländischen Studierendenrat wählt. Wen du dort überall wählen sollst, kann ich dir natürlich nicht beantworten. Viele Gruppen werben für sich in der Woche der Wahl im ZHG und in den sozialen Medien. Dort kannst du direkte Fragen stellen und sehen, wer deine Interessen am besten vertritt. Sehr gut, jetzt weiß ich immerhin schon mal, was ich wähle. Fragt sich nur noch wen.